Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Rocket League Ranked. Ich werde ab jetzt mal versuchen, die Anmoderationen nach der Aufnahme zu machen, einfach um euch vielleicht so einen kleinen Eindruck der Runde zu geben. Erstens, morgen kommt mein Settings-Video. Falls ihr immer mal wissen wollt, was für Kameraeinstellungen oder eben auch Video oder UI oder eben auch Steuerung ich habe, morgen kommt mein Video, wo ich alles erklären werde. Morgen, Sonntag, 10 Uhr geht's los. Die erste Runde heute, die wir spielen werden, ist richtig, richtig geil. Da werde ich einmal ganz, ganz kurz ausrasten. Also bitte die Lautsprecher nicht ganz so laut machen. Also Headphone-Users bitte ein bisschen zurückhalten heute in der ersten Runde. Und die zweite ist ein bisschen spektakulär, aber anders. Also das wird auch ein bisschen problematisch. Das ist aber eine coole Runde geworden, trotz der Sache, die da passieren wird. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und lasse mich gerne mal wissen, ob ihr vielleicht diese Nachhinein-Anmoderation geiler findet, einfach um euch so ein bisschen anzuteasern. Über die Runden. Bis gleich zur ersten Runde. Bevor das Video jetzt losgeht, hier ein kurzer Hinweis zu meinem Partner. Bei AOR kannst du Credits, Blueprints und Items extrem günstig kaufen. Und mit dem Gutscheincode AnyEarth sparst du nochmal 3% auf deinen Einkauf. Der Link ist in der Videobeschreibung, check den gerne mal ab. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Anzeige ist raus, ich wusste gar nicht genau, dass es sofort losgeht. Also ich schon gesucht habe. Oh je, eine kurze Anmoderation heute. Alter, der hat aber die Formel schon im Titel. Welche ist denn das? Welche Formel? Ich hab keine Ahnung. Leider kein Boost. A² plus B² gleich C². Schönes Ding. Ich war schon so lange aus der Schule raus. Der kommt noch ganz okay. Nur mal rein. Oh Gott. Na achten, ja, den hast du noch. Alles gut. Ich hab keinen Boost. Das ist gerade ein bisschen doof. Ja. Ah, darf ich nicht berühren den Ball. Nein, nein. Nicht ins Tor rein. Jetzt erst. Boah. Ich bin im Tor. Ich weiß nicht, wie ich hier machen kann. Ah, der ist zu weit weg, oder? Ah, er bekommt den noch. Kannst du ein Spiel? Jo. Schön, nice. Ja, 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 schade, schön. Schade, schade, schade. Schön, den hab ich. Oh, schade. Schön. Ich bin leider nicht richtig da gerade. Oh, sorry. Alles gut. Mach du, ja. Schön. Ah, das wird ein enges Spiel, denke ich mal. Ah, schade, kommt nicht ganz so gut rein. Schön. Ja, ja, ja. Schön Tor. Ich geh dann drauf. Macht er noch gut, schade. Oh, da kommt der Nächste. Pass auf. Machen ganz schön Druck so. Ja, aber wir vielleicht auch jetzt mal hier. Ich bin oben. Ja, bin tot. Ich könnte den Boost mitnehmen, ich muss einen nur töten. Habe ich auch getan. Schön. Nice. Oh, nein. Oh, nein. Der kommt kacke. Oh, war doch alles okay. Ja, so gerade so. Das war echt schwer. Nice. Oh, sorry. Alles gut. Bin und zweit den Pfosten. Schade. Aber hast du, schön nice. Mach alleine kurz. Alter, das ist ein spannendes Spiel. Freut mich. Ja. Oh, schade. Jetzt bin ich ja nicht da, ne. Aber ist drin. Ah, damit hat der mich gerecht, okay. Ne, damit wohl nicht. Okay, also Cosinus und A² gleich B² plus C². Minus zwei BC mal Cosinus, oder was? Okay, alles klar. Das ist auch zu lange her für mich hier, so. Leute, gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, was das denn für eine Formel ist, oder was da rauskommt, oder sonst irgendwie. Oh, nice. Oh, damit hast du nicht gerecht, da habe ich mich jetzt fünf Minuten überlegt. Ja, du musst jetzt ganz lange abwarten, bis zum ersten Zimmer. Okay. Habe ich? Okay. Er ist irgendwo hinter mir, ne? Kann das sein? Ich höre ihn schon. Boah. Er wollte schmusen, komm. Nice one. Schön. Gerade. 1 zu 0. Das können wir auch so vielleicht. Surviven. Mit einem knackigen 1 zu 0. Ja, der kommt gefährlich nochmal. Aber er geht hoch. Schön, ich bin Tor. Schönes Ding, super gemacht. Er hat mich gerammt, leider. Ah, schade. Okay, wusste ich nicht. Ah, blöd, ey. Ich wollte ihn eigentlich zerstören. Ja, okay. Gut, das wäre dann egal gewesen, was da einerseits mir passiert. Hat er gut gemacht. 1 zu 1. Bei dem Tor. Ja, wird eng. Bin auch im Tor jetzt, erstmal. Schön gemacht. Bin im Tor. Ja. Ich weiß nicht, wie er runterkommt. Wahrscheinlich. Hast du den? Ich habe ihn zerstört. Deiner? Ah, schade. Aber die machen auch richtig schnelle Halbflips, da so quasi, um sich zu positionieren. Und das Tor von ihm war ja auch in einem Halbflip quasi. Weggeschubst. Ja, schwierig dran zu kommen. Leider nicht möglich. Also es ist ein enges Spiel, Leute. Es ist ein... Ja, du bist früher oben. Nice. Noch mal für dich. Oh, schade. Deiner? Gott. Alles gut. Leider zu wenig Boost, um irgendwas Spektakuläres hier anzufangen. Ja, hab ich nicht, Schade. Hab ich ihn τ'rey nicht? Oh Gott. Alter. Schwierig. Hab schon gesehen, dass er eigentlich Drinkmus hat. Ja, der war schwierig. Okay, let's go. Verlängerung. Okay. Schönes Smich aber. Jajajaja, was machst du? Was machst du? Geh, was machst du? Junge. Ich hatte beide getroffen. Wie du da wegfährst. Ich dachte der andere kommt, da wäre viel mehr dran gewesen und dann ist er weggefahren. Nee, der war bei uns auf der Seite hier. Oh Junge, du rührst mich hier ja gerade zum Herzkasper. Nicest Ding, Alter. der ist super gewesen ich kann ihn vielleicht ne, kann ihn nicht annehmen bin ich da? den hab ich aber oh nein, aber hast du, oder? ja, ja kein Bruce mehr jetzt ja, jetzt hab ich Bruce ich kann, ok, du hast Bruce, dann super mach weiter boah, ey, da war ich vielleicht grad ein bisschen zu laut grad eben, aber nice ich bin da grad innerlich echt ausgerastet, weil ich hab das Spiel im Überblick, so, ich hab den Anschluss gemacht, ich stehe genau da und ich sehe, du hast Platz ohne Ende und du fährst einfach dann zurück, ich dachte, ich glaub ja, ähm, ok wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder bei einer sehr schönen Runde von dir, super, so, willkommen zurück zur zweiten Runde gegen Pole ja, ein schöner Clan das mag ich immer am liebsten aber da wir ja nicht mehr im selben Clan sind äh, ich bin ja bei Minks übrigens heißt das Minks Gaming das MZG ähm ja, mach's sehen schön kann ich halt können wir halt nicht mehr so Farben haben ist da ein bisschen blöd heißt, ich kann eigentlich die Blickenmodus wieder aktivieren ist eigentlich ziemlich nice so für die Farben her und so mal gucken, ob ich das wieder machen werde irgendwann aber Clanspiele mach ich immer am liebsten so, ich bin links mhm schön für dich oder auch nicht naja, alles super schön ausgespielt ausgespielt aber war das knapp, ey ja, ich weiß, aber ich wollte ihn genauso haben damit ich einfach die bessere Chance habe, ihn rüber zu spielen und ja äh, okay, keiner fährt irgendwie so richtig drauf nein jetzt bin ich raus jetzt bin ich raus Leute, machen sie gut, ich bin tot aber habe ich ihn nice na, schade es sah so aus, als ob ich ihn kriege und dann, ja ja, die haben das da gut gemacht, zu zweit halt ja, habe ich gleich gekriegt das haben sie gut gemacht, das ist ein schöner Angriff gewesen von den beiden ich spüre die auf rechts zu pasoptu pasoptu ich habe ja auch ich bin ausgeplayed man muss auch immer mal ausgeplayed ja, ausgespielt ja, aber ich mach auch Deutsch, äh, Englisch ja, denke nicht draus ausgeplayed keine schönes Ding Da komme ich nicht ran, aber ich kann ein paar Boosts dealen. Ich bin tot, wieder einmal, wieder von Baglik. Warte, geht nicht. Ich bin in der Mitte. Oh, fast nur berührt. Einer habe ich gerammt. Ja, aber der andere hat den Ball. Nice. Oh je, ich bin auch da. Da komme ich nicht ran. Da bin ich kurz hinten. Ja, mach ihn einfach rein. Schön. Gerade. Habe ich nochmal. Kommt mit Wucht. Nice. Gingen da Flugzeuge bei dir? Bei mir? Ja? Ich höre? Nein, überhaupt nicht. Was hörst du denn bitte schön? Ich höre gar nichts. Oder ist das irgendein Boost? Ja, ist das ein Boost von denen oder so? Nice one. Habe ich einfach nur hochgeworfen. Nice. Nice. Oh, wer durchkommt. Der eine ist afkar. Okay, warten kurz ab. Ah nein. YouTube hier wird aber auch bappet hier. Hier ist die Map. Ah, ist da, ist da, ist da, ist da. Oh, schade. Die Map, die so laut ist. What? Aber wie wird das Spiel so laut? Die haben so ganz herzlich diese Aquarium-Geräusche so. Ah, der Touch war noch wichtig, glaube ich. 3 zu 1. Noch zwei Minuten. Läuft, Alter. Doch. Aber ganz schön knapp, du. Ganz schön knapp, du. Hier. 3 zu 1. Zwei Minuten noch. Ja, ist immer gut, wenn wir die zwei Toren führen, weil bei uns weiß man ja nie, was so defensiv abgeht. Äh. Selbst 2 zu 0 vorne ist nicht safe. Oh, der kommt gut zu dir. Ah, schade. Ich wusste, dass zwei Leute nicht verfehlen. Ja, ja, ja. Wenn man sowas früher weiß, ne? Dann weiß man das. Wird gerammt. Nicest Ding. Könntet man das lesen wie ein Buch. Sorry. Alles gut. Na, geht vielleicht. Schade. Eines wie in der AFK. Gehen wir aus deinem Tor raus, bitte. Das sind Premades, also. Ja, ja, ja. Vielleicht müsst ihr da irgendwie zwischendurch Müll rausbringen oder so. Aber weiß es nicht genau. Also noch viel, viel mehr da. Na ja. Macht er gut. Schön gemacht. Für dich. Macht er nochmal gut den Touch. Aber ist dann halt auch weit daneben. Ich bin tot. Uh. Jetzt hab ich den selber. Ich mach extra die Bankroll weiß. Ich mach sie extra, damit ich den Ball nicht nochmal tatsche, weil er dann nämlich sehr, sehr komisch gekommen ist. Und dann würde ich ihn trotzdem noch. Dann hab ich halt, genau dann hab ich null Boost, so. Und dann komm ich nicht mehr irgendwo hin. Das war jetzt bitter. Das war jetzt bitter. Ist okay. Ach, schade. Pass auf. Ist weg. Alles gut. Für ein Tor. Für ein Backboard. Schön. Nice. Boah, ich weiß noch früher, als wir sowas nicht konnten. Das war schwierig. Wenn man das Backboard nicht covern kann, ist es schon echt hart, finde ich. Kommen wir nicht ran. Warte. Ich bin tot. Bitte. Ne, ne. Höchstens bei denen fast. Ja, ich bin gerade erst gespawnt. Ich decke mal so ein bisschen hinten ab. Ich spalte den Ball einfach nur vorne. Ja, ich spalte da drauf. Ja, gut, mach einfach mal, du da. Freikommt. Schön. Fein. Gut. Alter, passt noch reingemacht. Ja. Dankeschön für die beiden Runden. Wir gucken auf meinen aktuellen Rang. Und es dauert immer so lange, deswegen modere ich immer so gerne vorher ab. Aktuell bin ich auf Diamond 3 Liga 3. Kurz vor Liga 4. Ich bin nämlich, glaube ich, abgestiegen. Ja doch, ich bin kurz vor Liga 4. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann vielleicht schon wieder in Liga 4. Bis dann. Macht's gut. Ich bin Barbara Jenszykowski.